Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von den last of us wir haben sie in der letzten episode aus diesem wunderbaren museum geschafft und bis aus jetzt sind wir jetzt hier auf dem dach und weiter geht's an beiden sind schon mal vorgegangen wo rüber auch die kugel da hinten ja das ist noch ein weiterer weg da ist vermutlich das teil hier ne vorsicht ok da einfach über das geländer oder wie ist der plan ja ok sei vorsichtig wenn du drüber gehst das ist ein bisschen und ist es das was du dir erhofft hast ich weiß noch nicht aber man was für eine aussicht kommt hier lang hey es geht weiter jetzt hat er über seine eigene tochter nachgedacht dass er da auf die uhr geschaut hat es ist fast geschafft heißt ich zusammen ja man oh gott sei dank das ist schon mal sehr viel näher gleich hier um die ecke kommt okay erst mal loot gucken man weiß ja nie wenigstens gutes wetter fürs erste loot 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 kein loot okay wir haben da ist was diesen befehle treffpunkt bereich patrouillieren stellen sie sicher dass keine militärpräsenz in der gegend herrscht bevor sie das mädchen zum nächsten unterschrift bringen handschriftlich sie muss gut ernährt und bei bester gesundheit sein ist sicherheit hat absolute priorität sieh mal an oh mensch die ganze feine auf dem arm was wenn wir hinkommen und alle sind tot sind sie nicht und woher weißt du das ja vermutlich schon warte mal wohin eigentlich ach doch hin alles gut gut alles gut gut alles gut gut alles gut gut hoch und rüber hoch und rüber das wäre so ein jumpscare wenn ich das ding schieb und dann kommt da ein zombie raus na also geht doch noch ein paar meter Endspurt Tess ah kein loot boah wie schön ey weiß ich ich glaube da würde ich gerne mal ich kann nicht schwimmen ok da muss ich jetzt mal kurz im Foto Modus was nein ich will nicht verlassen konnte ich denn da V-Raster ne warum kann ich die Kamera jetzt hier nicht ändern ah jetzt so irgendwie geht es noch weiter hallo nö oder aufnehmen dankeschön ja lassen auf der rechten Seite sieht es flach aus folg mir krass 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 moment ich schau doch mal ganz kurz nach das sieht so nach einem Platz aus wo es was haben könnte ha ein Abzeichen so ja weglegen naja immerhin etwas ja dann sagen wir mal hallo nein das also ich weiß nicht ob er die Serie gesehen hat aber das war so der Punkt in der Serie wo es hier richtig schief gegangen ist nein 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 und was machen wir jetzt was was machst du da Tess oh Gott vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel wie weit soll das hier noch gehen so weit wie es eben gehen muss wo ist dieses Labor oh ich weiß es nicht sie hat nur gesagt es wäre irgendwo im Westen was machen wir hier das geht uns nichts an was weißt du denn schon über mich ich weiß dass du klüger bist als das ach ja wir sind abscheuliche Menschen Joel und zwar schon echt lange Zeit nein wir sind Überlebende das ist die Chance es ist vorbei Tess wir haben es versucht gehen wir nach Hause ich werde ich gehe nirgendwo hin hier ist Endstation was irgendwann musste es ja vorbei sein was erzählst du da nein fass mich nicht an oh nein scheiße sie ist infiziert ich wollte nicht zeig es mir oh Gott ups was zeig mir deinen Arm das ist drei Wochen alt mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer das hier ist real Joel du musst die Kleine zu Tommy bringen er kannte diese Leute er kennt bestimmt auch ihr Verstecken oh nein 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 du wolltest das hier ich mach das nicht mit doch machst du hey ich weiß ich bedeute dir genug dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst also bring sie zu Tommy oh shit sie sind hier ich verschaffe euch Zeit aber ihr müsst hier weg was wir sollen dich einfach hier lassen ja das werde ich auf keinen Fall ich verwandle mich nicht in so ein Ding na los mach es mir nicht so schwer ich kann kämpfen nein geh einfach geh doch endlich Ali tut mir leid ich ich wollte das nicht los beweg dich ja der Last of Us ist schon ziemlich hart aber wenn es um sowas geht wird sie sowieso ja aber jetzt erstmal Loot mitnehmen auch wenn es gerade ein bisschen ungünstig ist ah scheiße da geht es nicht weiter komm mit wir müssen hier weg wir gehen hoch kommt man vermutlich raus wir gehen hoch einfach weiter oh fuck wir haben zwei Männer getötet verstanden du brech die Tür auf du komm mit ja Tess hmmm scheiße naja mal hier noch was sie werden bald hier sein ja ich mach hier schon große Knarre große Knarre darf ich die große Knarre haben yes geil cool cool ja gewehr oh wette dass sie da jetzt kommen ja ich hab's gewusst ich hab es na toll stehen alle da vorn ich würd's gerne leise machen ey der macht bitte keinen Blödsinn ne zwei da hinten rein ja komm lauf her sehr gut fuck komm ich geh schlafen sehr gut da hinten kommt er jetzt her vielleicht waren es ratten oder sowas toll was macht er hallo wo also irgendwas irgendwas muss er gesehen haben und so ein werfen auch nicht so ein scheiß fuck solange er da zu mir schaut kann ich einfach nix machen scheiße Ziegelstein wirst nicht du mal herkommen der Typ da hinten komm her komm zu mir komm her ja fein machst du das ja dreht dreht wieder ja fuck ich glaub das ist das Buggy da hinten ok dann schnappen wir uns mal den links wenn er wieder herkommt wo ist er jetzt hin komm komm wo bist du komm jetzt geht er wieder zu mir und sobald er sich umdreht gehen wir da runter und sobald er sich umdreht gehen wir da runter auf meine Seite ist nicht nice geil Munition da ist der andere komm 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 nice Munition keine ok dann haben wir jetzt nur noch diesen einen Typen da hinten oder ja der ist halt immer noch am zielen ich glaub da müssen wir schießen ansonsten wüsste ich jetzt nicht wie wir den wegkriegen nee nicht Firefly viel schlimmer ja auch keine Munition so kannst du wieder aufstehen ich glaub das war's hier schon ja die ich nehm ich mit ah the point of no return ups da hat's mir kurz geleckt ja wenn du das sagst vermutlich ein paar na toll na toll das sind aber einige die äh oh 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 shit berichten Nordensicher haltet die Stellung fuck 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 was ist der andere da hinten da kommt jetzt auch gleich da kommt jetzt auch gleich nice zwei down wo sind die anderen oh da hinten kommt der nächste wo ist er woah emailed endlich mal eine Schleicheaktion die funktioniert Punation auch nicht da hinten läuft der Rest zwei glaub ich sind's ja nah sind mehr sind drei Ah, siehst du deine Kollegen? Nee. Da auch noch einer. Oh, er sieht was. Ja, da kommt es aber früh drauf. Scheiße, jetzt sind sie alle alarmiert. Mach bitte was dummes. Er geht rechts. Na, scheiße. Kommt zu mir. Fuck, willst du nicht zu mir gehen? Also, er kommt wieder raus. Bitte, kommt noch mal einer her. Ja. Geh weiter. Knappe Sache. Ja, komm rein. Passt bloß auf, hier drüben liegt noch einer. Ausschwärmen. Komm, umdrehen. Nice. Ah, wieder keine Goodies. So, dann haben wir nur noch ihm da hinten. Wo bist du? Ja, ich glaube, ich hätte gerne ihn auch noch tot. Einfach rein wegen der Munition her. Wenn er denn was hat. Sehr geil. Hast du was? Nee. Okay, ich glaube, das war's. Oder? Ja. Ja, dann können wir uns ja mal ein bisschen umsehen. So, nochmal zur Sicherheit. Ja. Nee. Haben wir hier Goodies. Goodies, Goodies, Goodies. Hm. Ein paar alte Waffen. In sehr gutem Zustand. Keine Goodies. Ja, dann gehen wir mal. Teil. Und da draußen wartet auch nichts auf uns. Nee. Ach, nö. Bleib unten. Nee, wir gehen erstmal noch da unten. Das wäre jetzt genau wieder so ein Platz, wo wieder Zeugs wäre. Ja, hier nix. Okay, nö. Hier hat's leider nix. Ein Versuch war's wert. Ich bin nicht in den Untergrund. Es ist dunkel. Oh, was zum... Oh, was zum... Oh, was zum... Fuck. Ja, ist ne gute Idee. Ich will hier raus. Fuck, ähm... Fuck, ähm... Wo ist der andere? Ach, der ist innen drin. Scheiße, wenn ihr jetzt gerade so seid, ist beschissen. Geil. Geil, 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 geil. Na, siehst du deinen Kollegen? Nicht? Ich? Ich würde dir so gerne die Kugel verpassen. Oh ja, er hat's gesehen. Komm her. Gutes Mal begutachten. Komm her. Komm her. Mann, was zum Teufel? Komm her. Komm weiter her. Ja, sehr gut. Autsch. Keine Munition, schade. Ansonsten haben wir nix. Alter, wie diese U-Bahn da zugewachsen ist. Irgendwelche... nette Sachen? Ach, Mann. Äh, nix in der Gegend. Ich bin ganz leicht angespannt. Nochmal prüfen. Nix in der Gegend. Ja, ab ins Wasser. Oh, stimmt ja. Da war ja was. Du könntest doch da einfach, da an der... Rehling, da... Warte mal. Jetzt da unten rein? Kann ich durchtauchen? Oh. Okay. Achso, du laufst ja eh da entlang. Was hat mir das jetzt... Wollen wir mal da unten runter? Nächste U-Bahn-Wagen. Ist da. Okay. Und da hinten ist ne Leiche. Die schauen wir uns mal an. Schreit grad danach, dass da was ist. Ah, Notiz. Und Taschenlampe. Okay. Lesen. Der Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ... Also in die QZ-Bosten. Ich bin am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Parkstreet. Neben dem Rathaus. Am bei seinem Visum und seinem QZ-Papier. Die gefällt dir die Arbeit. Ähm. Sei vorsichtig, da unten einige Leute berichten von Klickern und Starkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit zwei Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Meistens würde mich jede Sekunde ein Stalker ansprengen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Ja, hast du wohl zu lang gewartet. Haben wir da was? Nein, ich schau doch nur. Hm. Na ja, dann. Oh, da ist eine Leiter. Was bringt mir das? Naja, ich müsste erst mal irgendwie rauf hier. Wie komme ich da hoch? Was? Man kann sie von daher halt nicht greifen, ne? Das geht nicht. Spiele-Logik. Aber, dass das nicht untergeht, während sie rauf geht, das geht natürlich. So, Annie. Rauf da. Steig drauf. Wirklich? Halle. Okay, okay. Vorsichtig. Ja, ja. So. Nein. Was machst du? Ja, und ich? Ach so. Okay. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, was ist das jetzt? Hä? Warum kannst du jetzt die Leiter nicht ver... Ah, jetzt. Okay. Haben wir hier irgendwelche Goodies? Hier drin vielleicht? No. Exit. Ausgang. Sehr gut. Können wir nicht irgendwie da rausgehen oder so? Okay, es geht nach oben. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das da ist kein gutes Zeichen. Oh, ganz große Fläche. Es schreit danach, dass da irgendwie wieder was abgeht. Hey, also. Wegen Tess. Ich weiß nicht mal was. Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens. Erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens. Du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Ah, das wird bestimmt nicht einfach so einfach werden. Oh Gott, oh, wir sind in der Natur. Oh, wie schön. Na bitte. Ja, hier lang wird es schneller gehen. Und wie viel unsicherer ist er? Uh, schaut mal. Foto-Modus. Foto-Modus. Äh, so. So reinzoomen. Und Foto. Sorry, aber das muss sein. Foto muss verlassen. Ja, bitte, danke. Ich habe nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Oh ja, allerdings. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht es ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebensbar hier ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es alles auch lieber. Schau mal, ob ich hier noch... Ach, davon da ist immer gekommen, ne? Oder? Na. Das ist was anderes hier. Alles mitnehmen. Mit wem redest du? Da hat es auch nichts, da auch nichts. Stichwort Fertigkeiten. Wie viel haben wir denn jetzt? 35. High-Demo schwankt mit der Waffe. Messermeister. Äh. Das passt schon erstmal. Das sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus hier. Noch keine Zombies. Was denn? Fireflies. Ich meine, echte Blühwürmchen. Ja, das sehe ich. Schön, ne? Warte, ich bin echt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich muss das einfach tun. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Oh ja, das würde ich gerne tauschen. Sehr geil. Rezept-Nachkampf-Verbesserung. Hat sich gelohnt. Hier geht's nicht rein. Ah. I see. Kann ich dir das... Da geben? Platzieren? Okay, dann nochmal hier in die Ecke rein. Nö, da geht's nix. Schade. Ja, da hättest du auch ruhig oben bleiben können. Ähm, da hinten... Wow, 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 wow. Da hinten steigt Rauch auf. Ich glaube, das ist kein sehr gutes Zeichen. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Hä? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann... Okay, wenn wir mal voll sind, dann... Warte, ich... ...ein bisschen was produzieren hier. Ähm. Und noch so ein Messer. Okay. Cool. Was? Nein. Ich will das jetzt nicht ausgerüstet haben. Hier lang. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Komm, hier ein Zombies oder Gegner. Bad Drive wieder unterwegs. Ich höre komische Geräusche. Ah, wir haben Zombies. Ich will mich sowieso umsehen. Angefangen mit dem Haus da. Sind da welche drin? Nein. Okay. Oh, nice. Jetzt, das lohnt sich halt, wenn man sich ein bisschen umsieht. Hä? Alles okay? Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Wir bleiben nur drei Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Okay. Das ist so süß von ihr. Munition. Gib. Da auch noch. Geil. Noch mehr Munition. Gib mal her damit. Nice. Upgrade Billen. Ne, wir sind immer noch safe. So, da wird es jetzt aber gerade direkt rausgehen und er steht da hinten. Ich glaube, das ist unklug. Die machen das lieber von außen. Jetzt eigentlich da irgendwo hin. Uh. Du stehst direkt in dem Gebäude da drin, gell? Ja. Und Nummer zwei da hinten. Hast du das gehört? Ne. Warte, nun geh ich dich halt. Wird aber gern... Warte mal. Da ist Nummer zwei. Okay. Ah, shit. Komm ich nicht rein. Et? Was war das? Ah, Flasche. Ah, Klicker. Ah, Klicker. Fuck. Okay. Dann wird es erledigt. So. Oh, was... Achso, ja. Ich nehme ich wieder mit. Gibt es hier was Schönes, wo du drin standen bist? Ja. Komm, kannst wieder aufstehen. Wo geht's hier weiter? Hätte ich jetzt sowieso in das Haus reingemüßt? Da war das sonst kein Haus gekommen, oder? Ne, da war dicht. Fenster sind auch dicht. Hä? Da war ja auch abgesperrt. Oder kann ich das wegnehmen? Oh, Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Hä? Moment. Nein, das kommt gar nicht infrage. Warum nicht? Nein, ich hilf dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ja, komm. Geh auf die andere Seite und zieh das mal raus. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf. Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Mal sehen. Dankeschön. Gut gemacht. Mega Vorplatz wieder. Ja, da schauen wir uns natürlich um. Mal her, Kollegen. Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Mal hin, mein der ist dann drüber. Da hinten. Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Also in der Serie hat er gesagt, er weiß nicht, wo er ist. Er macht sich ja... Zwerge. Zwerge? Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Hast du da in Horrorspielen? Da sind sie furchtbar. Verstehe. Ich glaube, da ist... Oder? Kommen wir da hin? Ne, ich glaube, da ist nichts. Okay. Weiter runter. Werden wir da noch irgendwann mal ankommen. Da ist eine Tür offen. Und man kann da hinten rein. Okay, da oben ist was. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Dann machen wir zuerst das Haus. Und auch... Arcade-Automat. Oh, cool. Da ist ein Mann. Look. Ja, ist geil, ne? Wäre noch ein bisschen geiler, wenn er... Oh, geiler Pizzaofen. Sonst noch was? Nö. Okay. Cool. Oh, bestimmt mal eine schöne Pizzeria hier. Weil sie noch nicht alles dem Bach runtergegangen ist. Hier sonst noch irgendwie was? Nö. Okay. Tschüss, Kowski. Wird doch jetzt nicht einfach so problemlos da durchkommen, oder? Das war ja ein bisschen... zu easy. Und da ist verbarrikadiert. Erstmal... Oh, scheiße. Was zum... Ne Falle. Okay, dann müssen wir vermutlich eh da runtergehen. Holy shit, was war das jetzt? Und wie ist der Sand so? Tja. Der hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der... Fuck. Volle Munition. Halt die Augen offen. Dann passiert nichts. Das wäre irgendwie geil, wenn wir... Warte mal, haben wir ja ein Upgrade, wo wir vielleicht unseren Rucksack vergrößern können. Der verdammt die Infizierten tauchen zu oft... Zu oft viel zu nah beim Unterstopf auf der Kirche auf. Anscheinend muss die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Schauen wir mal kurz bei den Upgrades. Oder Tab drücken. Oh ja, das mit den Klicker. Das machen wir. 75. Das sind Notizen. Ja, keine Upgrades. Oder vielleicht bei der Werkbank. Oh ja, hier kommt es mit. Cool. You will be shot. Hängt der Notiz. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilfbreit, ihn in den Truck zu laden. Wenn du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. 5, 17, 21. Okay. Dann save. 5, 17, 21. Oh. Können wir den schärfen? Türe, gehst du auf? Oh yes. Oder auch nicht. Ach, Moment mal. Ich konnte das Messer verwenden. Okay. Cool. Geil, 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 geil. Goodies, Goodies, Goodies. Geil, 25. Drei Schuss hier noch. Na, nach oben geht es nicht. Okay, das hat sich gelohnt. Ja, okay. Darunter. Oh, Pfeile. Oh, geil, die kann ich auch mitnehmen. Oh, will, kann du umschießen? Vermutlich schon. Macht ja je auch Sinn. Mit dir hier kommen wir rüber. Beide sind einfacher gemacht als wie Munition. Boah, uh, geil. Ein Bogen. Ich fände die Idee aber nicht so schlecht, wenn sie auch eine Waffe hätte. Ja, du sprichst einfach da auch runter. Ja, ist okay. Ähm. Brauchen wir das Brett? Ach so, nee, da oben wäre es weitergegangen. Weil ich mir geht, konnte ignoriert, dass hier eine Leiter ist. Bedürfnis rein, komm hoch. Okay. Aber wir brauchen das Brett. Komm, geh runter. Danke. Oh, nein, nein, nicht drunter. Oh, knapp. So, wunderbar. Ja, müssen wir das noch mehrmals machen, oder geht's da hinten mit runter? Oh, fuck. Okay, zwei Pfeile reichen. Ähm, geil. Ach toll, sie sind kaputt. Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Ja. Du musst dich daran halten. Ja, er ist nicht gerade nett, zufällig. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Warte mal, ähm, noch mal hier, ah, scheiße, ich kann keine Pfeile machen. Schade. Ja. Schade. Bald. Bald, 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 bald. Bald. Bald ist ein Blick. Okay, liebe Leute, wir sind mal wieder an der Zeit. Ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hast vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann bis bald. Bleibt's gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brau Bucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.